so Leute was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video von unserem Kanal und heute mal als kleines Special auch von mir ein bisschen was anderes auf unserem Kanal und zwar eine Kampfmesser Tarnung das ist eine ziemlich geile Tarnung und sieht auch so ein bisschen aus wie die hier habe ich auch letztens erstellt das ist auf jeden Fall eine richtig geile Tarnung und ich wünsche euch viel Spaß dabei achja was ich noch sagen wollte wir wollten uns natürlich auch herzlich bei unseren 20 Abonnenten bedanken bis jetzt ähm ja vielen Dank dafür ähm Libra hat auch ein kleines Special hochgeladen äh auf unserem Kanal das ist ein kleiner Zusammenschnitt von Rainbow Six Siege hat er ja spielt und sind ein paar echt coole Clips dabei also zieht es euch rein und ja dann fangen wir auch mal gleich an haut da rein viel Spaß und wir hören uns beim nächsten Mal haut rein ciao 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 ciao